So, hallo zu The Forest und... Ups, stehe ich hier mitten im Wasser. So, mein Feuer ist aus. Das ist schon mal keine so gute Idee irgendwie. Sollten wir doch vielleicht wieder anmachen. So, und irgendwie... Naja, bin ich gerade ein wenig verwundert. Mein Camp ist hier irgendwie komplett im Wasser. Oder haben wir jetzt Flut, oder was ist das jetzt hier? Hm, finde ich jetzt sehr interessant. Sieht doch so aus, ne? Als ob das hier alles komplett im Wasser wäre. So, aber... Nein. So, ich wollte ja eigentlich mal gucken, dass wir mal anfangen können, hier was zu bauen. Na, schauen wir doch noch am besten gleich mal, was können wir hier denn bauen? Ähm... Hm... So, was haben wir noch? Feier. So, man kann ja natürlich auch Baumhäuser bauen und ein Verteidigungswall. Schnell! Und jetzt... Nein! Nein! Schnell weg! Schnell! Sieht zu, dass du wegkommst! Komm, Alter! Wieso hast du eigentlich immer noch das... Wieso hat denn der eigentlich laufende Feuerzeug an? Dann... Schnell wegkommst. So. Besser. Oh, da sind die Jungs schon wieder. Verdammt! 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 Da sollten wir uns vielleicht doch woanders was bauen. Nicht gerade da. Vermutlich ist es egal, wo wir was bauen. Die werden uns sowieso über einen nachstellen. Hier unten liegen auch noch Sachen. Okay, wir nehmen erstmal die Beine in die Hand. Was ist denn das? Nix. Okay. Hätte ja sein können. Gut, dann schauen wir uns mal... Hey, ist das deswegen jetzt für den Vollmond? Deswegen ist das so hell. Finde ich ja irgendwie hammergeil. Geht echt gut aus. So, und wie ihr seht, die Yacht ist weg. Also scheinbar ist das... So ein Random-Ding. Okay. Dann nimmst du jetzt mal einen Schokoriegel, damit du wieder zu Kräften kommst hier. Okay. Kommen wir denn hier jetzt runter? Wollen wir hier runter? Federn brauchen wir ja noch, fällt mir gerade ein, für unseren Bogen, den wir machen wollen. So, aber so wie das aussieht, haben sich die Jungs verdrückt, oder? Okay, Federn findet man zum Glück auch so. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht Vögel runterschießen. Fängt auch noch an zu regnen. Na klar. Die abgehauen? Scheinbar. So, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Man kann noch, vielleicht hält die das fern. Ja, super, ich zitter. So ein Standing Fire, dazu braucht man drei Steine und drei Äste. Okay. Steine hatte ich doch hier gerade gesehen. Ja, jetzt friert er auch noch. Fantastisch. Fängt ja schon wieder gut an, diese neue Runde. Aber ich muss sagen, das sieht richtig gut aus. Also die Grafik hier begeistert mich, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, die wird jedes Mal besser, wenn ich hier reingehe. Ah, okay. Wir können keine Steinchen mehr nehmen, na gut. Ah, er hat schon wieder keine Energie, deswegen laufen wir so langsam. Na komm, ich kriege noch einen Energieriegel. Zack. So. Aber so, wie ich das richtig mitbekommen habe, im Moment kann der Charakter wohl noch nicht aufgrund von Kälte eingehen, sterben oder sich sonst irgendwas wegholen. Na, da drüben sind die Taschenlampenfreaks wieder. Da hinten sind sie. Habe ich denn nichts anderes zu essen dabei? Doch, ich könnte mir noch ein Salavander beraten hier. Vielleicht machen wir das auch gleich mal. Vielleicht haben die ja ein bisschen abschreckende Wirkung, die Dinger. Ah, ich habe sogar alles. Sehr schön. Jupp. Wunderbar. So genau dachte ich mir das. Ah, schaut mal, jetzt liegt der hier in so einer Kuhle. Kuhle sage ich in so einem... Das war vorher definitiv nicht so. Du kannst dein Feuerzeug jetzt wieder wegpacken. Ah, das brauchen wir jetzt gar nicht. So. Machen wir uns gleich hier noch was hin. Am besten hier. Mir fehlt ein Rock. Gut, den suchen wir uns jetzt. Jetzt wird es zum Glück Tag. Machen wir mal ein bisschen Ruhe haben vor den Jungs. Wobei der mich da neulich in die Höhle verschleppt hat. Pap war ja auch am Tag. Ah, ich brauche Futter. Tut mir leid. Wie? Kann ich jetzt nur den Schild nehmen? Nee. Ah, toll. Ja, super. Gut, wir waschen uns mal kurz ab. Aber nicht so weit rausschwimmen. Wegen der Haie. Die Sonne geht auf. Ist das sicher ein herrlicher Anblick? Wundervoll. Machen wir da direkt mal ein Screenshot. So. Ich finde das interessant. Egal. Gut. Das Spiel befindet sich ja noch in der Entwicklung. Und im Gegensatz zu vielen anderen Spielen denke ich, dass das durchaus irgendwann mal fertig sein wird. Bei anderen Spielen denke ich mal, da taugt die Mod immer noch mehr als die Standalone. Ich glaube, jeder von euch weiß, welche Spiele ich damit meine. Jo, das sieht doch gut aus. Gefällt mir. So. Jetzt die Frage. Was bauen wir uns Schönes? Ähm. Okay. Ihm ist erstmal kalt. Machen wir mal Feuerchen an. Oder reicht es, wenn wir uns hier neben so ein Ding stellen? Und uns da wärmen? Wärmen. Ähm. Uh. Okay. Hat er sich jetzt verbrannt? Hallo? Okay. War nicht so gut, glaube ich. Naja, aber zumindest ist die jetzt warm, oder? Ja. Okay, also. Ach, der zittert ja immer noch. Ey, jetzt hör aber auf. So. Also, nochmal. Wir wollten gucken, was wir jetzt bauen hier. Mal Nägel mit Köpfen machen. Mal Nägel mit Köpfen machen. Ähm. Shelter. Small Cabin wäre da mal ein Anfang. Baumhaus. 31. Oh. 59. Das ist aber ein bisschen heftig. Bauen wir uns doch erstmal ein Small Shelter. Dazu brauchen wir hier 13 Baumstämme. So. Wo bauen wir uns denn dieses Small Shelter hin? Ich glaube, ich habe hier zu wenig Platz. Ohne Scheiß. Ähm. Aber ich denke, hier ist es gut. Okay. So, und dann müssen wir ein paar Bäume fällen. Ah, okay. Moment. Wir gehen uns erstmal was zu essen grillen, bevor mir der hier vom Fleisch fällt. Ich habe hier. Und dann müssen wir es besser ver担